Mann, ich sterb wieder wegen nem DISCONNECT, MANN! Junge, was ist denn das? Missgeburten-Internet, wirklich! Nur Deutschland, einfach Entwicklungsland! Oh, ist das Abfall! 700 Gold Shutdown, weil das Internet einfach ein Hurensohn ist! Mann, diese Hitbox, ich fasse es nicht! Das ist halt auch einfach wirklich dumm! Junge, die ist nicht mal ansatzweise auf mir drauf! Ich war einen halben Meter weg! Junge, fix das doch bitte, Riot! Es ist einfach Gamebreaking! Wie soll man dagegen spielen, wenn man keine Ahnung hat, wo einen dieser Hook erwischt? Oh Junge, warum ist denn der so schnell? Boah, das kann nicht wahr sein! Oh mein Gott! Oh ne! Was? Alter, dieser, 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 dieser Kane ist behindert! Was ist das? Als ob der da noch mein E-Dodge! Alter, dieses Spiel ist wirklich das größte Bronx-Spiel, was ich je gespielt habe! Das ist unglaublich! Und als ob der überlebt, wenn der mich verarscht! Puck! Ich hab auf cooldown! Ey, jetzt flash die! Da musst du halt aber auch richtig poken! Du darfst hier nicht einmal Full Mana sein! Mann, ich hab am Anfang ne Wege-Skilt gehabt, was soll ich da poken? Ja, da war ja was! Nils! Digga, wirklich! Ich find raus, wo du wohnst! Und ich hau dir auf dein dummes Maul! Wirklich! Was sind das für ein Boxen?! Der erschien es richtig! Ey, bitte, ich raste aus! Alex, sag mir das, dass das nicht nur ich sehe! Dass die überhaupt nicht treffen, die Spells! Ich muss ehrlich sagen, ich hab gerade bei dem nicht hingeguckt! Peter 58 fahren, der Nasus! Digga! Warum pickt man auch Nasus in Timo rein? Ich muss mal jemand erklären! Was? Irgendwie Griefing! Aber der rennt doch da dumm rum! Ja! Mal ein bisschen reinlacken jetzt! Okay! Hier so hin! Du musst berechnen, der Ding ins Kopf jetzt! Mach ich! Hab ich berechnet! Oh, oh! 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 Nicht wahr sein! Oh, lol! Da hab ich aussehen, ob das noch Durk ist! So ein fucking Scherz! Dieses Game ist einfach unswere Spanze! Hast du aber schon lange gezögert, Dils? Jetzt zu früher holten! Oh, ich krieg' nicht mal das Sist! Der Scherz! Ey, wirklich! Kein Bock mehr auf, Leute! Das ist das letzte Game heute! Feierabend! Einfach kotze dieses Spiel! Leck mich am Arsch! Oh, geil, leider! Hier, weggehen und da deffen! Alles andere ist egal! Was ist das?! Was ist... Warum? Warum... Warum entgächt ich der Nautilus? Alter, du tust mir halt ein bisschen leid! Alter, wirklich! Das ist der... Das kann nicht sein! Warum entgächt dieser Nautilus?! Boah, da... Im Kriegszustand befänden! Nils! Ich muss Ihnen nun mitteilen, dass keine entsprechende Antworten eingetroffen ist! Junge... Was soll das denn? Solche dummen Menschen... Nils! 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 Was machten die für Schaden? Junge, what the fuck! Moment mal! Bist du grad in seinen Hook geflasht? Nein, ich bin geultet und das war niemals in seinen Hook rein! Das war der größte Bug der Weltgeschichte! Oh! Mhm, 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 ja, mhm! Tank! By the way! Full Tank, verdammte Scheiße! Wie macht mir ein Tank 1200 Damage? Einfach so! Guck dir die Items an! Womit macht der Schaden? Womit wird das gerechtfertigt? Lachhaft dieses Spiel, einfach nur lachhaft! Guldet! Oh, du kannst erse! Oh! Oooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Maaaannnn! Ha, ha, ha ha, ha! Fickt diesen Champion, wirklich! Da ist nix fair dran, an diesen Champion, nichts! Oh, Mann, ey! Ja, spaßig! Au ja, der bräuchert Schlangen annehmen, Alter! Aach! Bittee! Junmi MF ist natürlich auch wirklich eh! Ich geh auf Karl! Ich geh auf Karl! Was soll man da machen? Was soll man da machen? Wenn alle zwei Minuten ein unsichtbarer Champ, Unsichtbarkeit by the way, die beste Mechanik in ganz League of Legends, ist einfach super fun dagegen zu spielen, auf deine Lane gelaufen kommt. Mit einer Jumi, die da drauf sitzt, auch unsichtbar. Cool. Da sehe ich einfach meinen Counter-Ply-Ride. Da freue ich mich einfach, League of Legends zu spielen. Junge, 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 da sitzen wirklich nur dumme Spastis in der Game-Design-Abteilung. Nur. Da ist nicht einer, der vernünftig denken kann. Das sind nur Huchensöhne. Jeder einzelne von denen. Junge, warum ist das hier nicht Tower-Range? Wie soll ich hier degneiten müssen, Alter? Oh, okay, sie flasht. Die hat doch auch noch ult wieder. Ja, die Jumi ist doch schon wieder unsichtbar auf der Eve drauf. Die ist full live, die Eve. Die ist ja full live. Ich spiele kein Rank mehr, das kann ich mir nicht geben. Ich bin nur schlechte Laune bei diesem Spiel, nur. Es ist zum Kotzen. Einfach Unsichtbarkeit aus dem Spiel rausnehmen und du hast ein 100-mal besseres Spiel. Die Eve ist schon wieder hier. Ja, die sind halt pre-made. Ist mir scheißegal. Die sollen mich nicht abfucken, die dummen Uhrensöhne. Für sowas soll ich einfach null LP verlieren. Let's go!